Jojo, ihr Zocker! Ich bin hier wieder mit dem Raisin. Hallo! Und dem Patrick LP. Servus! Wir sind immer noch in Moskau in der Straßenschlacht hier in Ghost Recon Future Soldier. Super langer Titel. Und wir müssen jetzt noch so ein komisches gepanzertes Fahrzeug erledigen, woran wir eben schon mal gescheitert sind. Aber jetzt kriegen wir das hin. Genau! Los! Genau, dasselbe Lied. So, erstmal schön Rauch drauf. So, und alle Granaten hin, die es so gibt, ne? Genau. Hui, noch eine. Ich mach mal ein bisschen Rauch, ne? Mach ein bisschen Rauch, ich zünde meine Zigarette an. Ja. Ja. Der schießt überhaupt nicht. Kann das sein? Ist der schon tot? Ich seh's ja nicht. Aber ne, da ist auch keine Energieanzeiger an dem jetzt, ne? Ist der schon tot? Ist der schon tot? Erledigt, oder? Ne, zerstören steht da immer noch. Ach so. Der hat noch ein bisschen Energie. Ja, der hat noch ein bisschen. Ja, der hat noch ein bisschen. Jetzt schieß das. Der hat einfach nicht gepackt. Ja, jetzt. Und jetzt hab ich keine... Ach, hier kann man Granaten nachfüllen. Hier. Ja, Vorsicht. Der ist in der Schussliege. Ach, Mann ey, das sieht man doch. Du bist doch doof, ey. Was? Das muss ich jetzt sagen. Was hast du grad zu mir gesagt? Das ging nicht anders. Alter, sag das normal zu mir. Dann komm ich da rüber, ey. Das ist doof. Okay, jetzt rein. Ja, warte, bis der Panzer aufhört. Achtung. Jetzt liegt eine Granate auf ihm. So. Der ist weg. Ja. Ja. Meine Granate. Panther? Schnell Waffen nehmen. Wo gab's hier nochmal Munition? Hier. Bei uns. Ich konnte nix nehmen, weil mein Typ grad gelabert hat. Entschuldigung, wie war das grade eben nochmal? Ich hab nur das Wort. Genau in die Schusslinie rennt. Kann ich schon? Also das ist doof, ey. Oh, geil, ich geh jetzt nen Burger kaufen. Das ist bei der Ventrale hier, ey. Oh, lecker. Lass erst mal was bestellen. Hallo? Ich hätt gern folgendes. Ja, Moment. Moment. Was ge... Hallo. Guten Tag. Ich bin irgendwie sehr klein, glaub ich. Ich hätt jetzt gern vielleicht so ein Kindermenü. Hier, so Kids wie uns. Leute, da kommen drei Fahrzeuge an hinter euch. Ich lieg übrigens schon wieder. Hallo, ich lieg schon wieder. Hallo? Ich find das lustig. Surdy, komms mal her. Ich lieg auch jetzt. Okay, das nächste Mal bitte keine Burger bestellen. Da ist... Ja. Da ist wieder ein Panzer. Ey, die Burger sind... Wir sind übrigens in Munitionskisten, ne? Mhm. Ja. Die Burger waren übrigens echt umwerfend, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. 30 Karten. Oh, Surdy ist da unten. Was ist das denn? Ja, ich hol ihn schon. Warte. Also, ich verbinde dich. Steh auf, komm schon. Sehr schön. Wie auch immer die Rauchgranate geschmissen hat. Ich werfe die immer. Ich liebe Rauchgranate. Nein. Achtung, meine Granate ist runtergefallen. Oh! Ja, super. Echt. Ganz klasse. Und immer auf mich. Ey, das ist doch jetzt langsam Absicht, oder? Gib es einfach zu, dann kann ich damit besser umgehen. Ach, gar nicht. Oh, Mann. Also, diesmal gebe ich zu, du kannst nix dafür. Dankeschön. Okay. Kopf runter. Schön, dass wir jetzt voll im Schaufenster stehen. Wo jetzt Action losgeht. Wie zwölf Uhr ist es? Wie zwölf Uhr ist es? Wisst ihr eigentlich, wie viele das gerade sind? Erst auf die Fahrzeuge. Die Soldaten kommen später. Erst auf die Fahrzeuge, sagen unsere Kumpels hier. Ich schmeiß einfach mal alle spätergranaten. Die Soldaten müssen nebenbei noch Waffen hält. Da hinten ist ja eine Dingenswaffenkiste. Ach, der ist schon kaputt? Achso. Da hinten ist jede Menge los, ey. Da ist Party angesagt. Hier ist sogar eine Waffenkiste hinter der Theke, ne? Zwei sind hier. Achso. Das ist voll Haus dahinten, ey. Achso, da kommt einer. Achso, da kommt einer. Naja, der ist schon weg. Ich stehe hier zwischen Senf und Ketchup und das ist die beste Deckung für dich. Ich schmeiß noch ein paar Granaten zu dem Truck da hinten. Hey, lass mal. Das bringt glaube ich nicht viel, oder? Doch, bisschen Ketchup. Ja gut, ich hab noch genug hier, falls ihr wollt, ne? Oh, da ist auch noch einer. Oh, ich hab ihn. Gut. Ach, da labert doch noch einer. Ja, das sind verdammt viele Russen. Wo kommen die alle her? Wir sind in Moskau. Das hat er grad gesagt. Achtung, links kommen jetzt auch noch welche. Ja, da kommt ein Fahrzeug. Ja. Ja, ich brauch erstmal Muni. Gibt's hier Muni? Ich reiß die Scheibe hier noch zu. Da kann ich durch mit der Drohne. Ah, der brennt schon, der brennt. Ach, der ist schon weg. Hier hinten gibt's sowas Muni, falls ihr braucht. Ja, ja. Schrotkewehr? Das ist nix. Ich geh nochmal Muni holen. Ja, ich wollt grad sagen. Ich aber auch. Ja, während hier noch nix los ist. Wo ist die eigentlich? Ach, da hinten. Achtung, da kommt wieder ein Lkw. An der Bestellung. Ach, solange es nur ein Laster ist. Da kommt einer raus. Alter, da kommen Leute raus. Da kommen Leute raus. Ach du Scheiße. Seid mal ruhig. Es war die Bolivianische Armee. Du weißt, wie's ausgehen, oder? Ja, aber unsere Sonnen sind besser. Nachladen. Die bewegen sich. Links ist einer mit dem Bürgerdings drin. Ich hab grad alles zu tun. Woah! Scheiße. Ah, ich bin getötet worden, ey. Ach, guck mal. Alter. Die kann man übrigens von allen Seiten läufchen. Ja, die muss vorsichtig sein. Also, wenn wir die zwei Fahrzeuge fertig gemacht haben, müssen wir uns hinter der Bestellung verstecken. Hinter der Theke, ja. Wo die Waffe-Kiste ist, ja. Ich wollt schon immer mal bei Meckis arbeiten. Das ist, äh... 400 Euro Basis, ne? Ja. Was, 400 Euro? So viel? Ja, klar. Hier ist schon, glaub ich, alles down. Werden wir eigentlich dafür bezahlt? Für das, was wir hier machen? Nö. Äh, wir sind Elite-Soldaten. Keine Ahnung. Ich denke schon. Der Wagen, der kommt jetzt schon. Ja, das ist der, der reinfährt. Hinter die Theke. Zurück, zurück. Der Gegner bekommt Verstärkung. Ich schieße jetzt da. Ich bumm's jetzt da rein. Ja, Sohti, der steht ja direkt frontal vor. Ey, das ist auch einer, ey. So, ich hab zwei schon mal. Hehe, Sohti, ey. The macht das nix, ey. Doch, der kennt nix. Der hat, der hat eine Panzer-Runke, ey. Die ist nicht von dieser Welt, ey. Die kriegt's nicht mehr über Quasis. Ja. Sohti, weg da. Alter. Liegt der? Nee, der steht noch. Aber da kommen noch welche hier. Ja. Vorsicht. Ja, hier. Wir teilen hier aus. Was wollen wir da haben? Burger, Fritten, alles hier. Heute ist krass. Ja, da kommen noch einige Leute, ne? Vorsicht. Heute gibt's auch so ein paar metallische Kugeln. Umsonst. Ich schmeiß nochmal ein Granätchen dahin. Granätchen? Wir haben ja hier direkt ne Kiste, also von daher. Lecker Granätchen. Alles rein, alles rein. Ups. Scheiße. Vielleicht jetzt mal was hinwerfen. Wenn's denn nahe kommt. Ich geh mal in die V-Ansicht. Ja, da bin ich ja in Zeit. Ja, wir müssen da hinten was zerstören übrigens, ne? Boah, da schiebt das. Ja, das ist wieder. Aber da können wir ja... Also, was los? Wir haben's fast geschafft. Ne, ich muss das sichern und da ist... Oh, ne, hüpft die Kasse hoch. Das sollte ich schicken mitten im Befechten, ey. Geil. Ich geh jetzt mal vor. Ne, ich nicht. Ne, ich auch nicht. Doch, ich geh mal ein bisschen. Doch. Aber jetzt kommen wir an das Ding nicht ran. Ich schmeiß das Granate da hin, so. Ja, siehst du, da kommen wir nämlich nicht dran. Der steht viel weiter weg. Oh, scheiße. Boah. Hahaha. Leider hab ich keine Anze... Ach, scheiße. Leider hab ich keine Anzeige von dem. Wie viel der noch hat? Habt ihr noch einen? Äh... Äh, ne. Warte, ich kann die Drohne hinschicken, die zeigt das an. Die Drohne hängt hier grad irgendwo in der Decke im Moment. So, jetzt müsste ne Anfragen. Oh, der hat doch verdammt viel, ey. Ach, die Scheiße, ey. Ich hab keine Granaten mehr, ich muss mal zurück. Die Drohne ist gleich weg, die wird grad beschossen, wollte ich nur so sagen. Ich geh mal eben was holen. Also, will jemand Burger? Ich bring einen Burger mit, wenn ihr da vorne noch irgendwas wollt. Ach, der hat noch locker über die Hälfte. Ja, ich muss auch Munition... Ja, holt euch Granaten. Ich schieße jetzt einfach drauf. Und immer schön Rauch, ich bin für den Rauch verantwortlich, glaube ich. Ja, Granate unterwegs! Ähm, ach, ey, da zieht ihn gar nichts ab, das ist schlimm. Oh, doch, jetzt, jetzt, oh, jetzt hat er... Noch mal jemand Granaten, bitte? Ja, ja, ich komme. Ich hab keine mehr, ich muss jetzt drauf schießen. Ich komme, ich komme, ich komme. Noch drei Striche, Alter. Jetzt bräuchte ich die Brandgranaten, ne, die zielt viel mehr. Zwei Striche, ein Striche. Nicht und weg. Ja. Sauber. Jetzt gehe ich aber nochmal Muni nachladen. Ja. Äh, ziellos, lassen Sie, ich hab einen Erfolg, oder sowas. Erfolg, tatsächlich. Ich iss so viel. Was? Ich kann nicht mehr. Achso, das mal raucht hier, ey. Das Standard bei mir. Hat wieder eine Stange weggeraucht, wahrscheinlich, ne? Hm. So. In einem Zug. Ja. Vor allem bei uns nicht. Nachsorti, alles klar. Leicht verstaubt, ja? Ich sehe kaum was hier, ey. Dröhnchen. Wart mal auf die Jungs hier. Wart mal auf die Jungs. Auf die Boyz. Auf die Boyz warten wir jetzt einfach mal. Oder warten wir jetzt auf die Gegnerz. Nee. Was machst du denn da? Stay geflogen. Okay, komm, wenn, 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 ich geh mit. Alter, warte, warte. Links zu. Hier, ihr müsst das jetzt mal filmen. Ich versuch jetzt mal auf die Fresse zu fliegen bei euch hier vorne. Was? Wo bist du denn? Ja, ich bin hier hinten wieder. Ja, mach mal. In eine andere Richtung. Beim Burgerladen. Ja, ich guck doch. Warte. Guck, ob das jetzt geht. Woment. Klatsch. Scheiße. Sah aber trotzdem irgendwie ganz stylisch aus. Ja, ja, bis gleich, ne? Ich gehe jetzt mal hier zum. Oh, wir sind hier falsch. Ja, ich merke es auch gerade. Scheiße. Zum Surti hier. Voll blamiert. Oh, geil. Voll die geile Eingangshalle hier, ey. Alter, krass. Und ich kann das sogar lesen. Da steht Ak-Bar-P-Nim. Huch. Ja. Was heißt das auf Deutsch? Ähm, Eingangshalle. Ach so. Wie Sie sehen, hat die Menge Ihren Zug zum Präsidentenpalast fortgesetzt. Es ist ein Wunder, dass sich Ihnen dabei niemand in den Weg gestellt hat. Wir vernehmen sporadisches Gewehrfeuer und Explosionen oder vielleicht entfernte Artilleriegefechte. Aber bisher konnte der lange Zug ohne den geringsten Zwischenfall mitten durch Moskaus Innenstadt marschieren. Zu diesem Zeitpunkt glaube ich, dass die Putschisten ihre militärische Unterstützung verloren haben. Die Schüsse, die wir hören, könnten durchaus von, äh, internen Kämpfen ihrer Anhänger stammen. Ach so. Wir haben Berichte über mehrere getötete Soldaten erhalten, vorne an der Spitze des Zuges. Sie sind noch nicht bestätigt, aber es könnte ein Zeichen sein, dass die Putschisten beginnen, sich gegenseitig an die Kehle zu gehen. Wir sind nicht mehr weit vom Palast entfernt. Von hier sehe ich schon das Dach. In wenigen Minuten sollten wir eine gute Vorstellung davon bekommen, wie sich die Situation hier weiterentwickelt. Wenn überhaupt. So, da sind wir wieder in Bukharov. Ne, Bukharov müssen wir was ausschalten. Bukharov ausschalten. Wer bumst denn hier schon wie so ein Panzer? Was hast du gesagt? Wer bumst? Ja, hier ist doch irgendwer, er macht doch von da auch Feuer hier die ganze Zeit. Kommt das her? Von da vorne irgendwo. Ach, die sind wieder unsichtbar, ach du Scheiße. Ach du heilige. Alter, ich bin tot. Ich lieg schon wieder. Ich bin auch tot. Hier, heil uns mal, ja. Und dann haltst du den Fly, bitte. Dankeschön. Nimmt auf jeden Fall die V-Ansicht. Ja, ich, äh, versuch's, ne? Ja, ich kann die nicht einschalten. Ach doch. Was geht's? Da ist auch eine Munitionskiste. Boah, ich krieg jetzt, ne, Leute. Ich wär trotzdem beschossen, ein bisschen geht nicht mehr, ey. Ich schmeiß da jetzt einfach Granaten in der Fertig. Das ist eine gute Idee. Oh ja, wie das alles fliegt da hinten. Alter Vater. Und jetzt seh ich nur noch euch. Ah, ich bin wieder tot. Ich glaub, man darf nicht hier hinten stehen, dann wird man ganz schnell beschossen. Oh, du hast recht. Oh, ich bin tot. Oh, liegt irgendwer im Arm. Lol, 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 lol. Der puchtet auf einmal ein Kopf in meiner Einsicht. Also, ich würd sagen, wir bleiben erst, wir bleiben erst mal hinter dem Bücherregal. Ich glaub nicht, dass sie viel decken. Nee. Oder hast du schon Bücher als Deckung genommen? Naja, wenn man gesehen hat, wie eben durch die Granaten alles weggeflogen ist da hinten. Ich muss mir grad mal hier so ein bisschen auf dem Lücken schlicht tun. Also, der Trick ist, man darf nicht hier hinten bleiben, weil dann erwischt ein Gast geschützt sofort. Ich renne jetzt nämlich hier mal zur Muni-Box. Oh, ich bin sofort los. Ich bin hier grad noch im Spiel verteilt. Scheiße. Ähm, ich krabbel mal hier ein bisschen, weil ähm, krabbeli, 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 krabbeli. Ich mach halt so, wie grad das hat geklappt. Ey, was ist denn los? Also, ich schieß jetzt erstmal nur. Die Granaten hebe ich mir mal auf. Kannst du sie sehen? Granaten fliegt! Oder auch nicht. Bäm, da ist einiges weggeflogen. Mhm. Ich glaub, da hinten ist jetzt Ruhe. Nee, nee, da ist so lange nicht Ruhe. Oder auch nicht. Ruhe in der Bibliothek. Wir schaffen das, kein Problem. Ja, das sagst du. Aber ich will das erstmal sehen, dass wir das schaffen. Gegner bewegt! Oh. Da hinten ist dieses scheiß Geschütz, ey. Wieso wackeln wir eigentlich so beim Ziel neuerdings? Weiß es nicht. Parkinson? Also, bei mir wackelt es immer voll, wenn ich auf das Geschütz ziele. Okay. Das Geschütz ist jetzt weg, oder? Das linke. Ja. Ja, ich sag nicht. Nee, da ist aber noch einer. Achtung! Aaaaaah! Wo ist der? Rechts von uns. Deckung, ich geh los. Sie formieren sich neu. Ich hab'n. So, einer weniger. Ja. Weiter, weiter, weiter. Na, da kommen noch mehr. Du musst aufpassen. Ja, du hast ja Rauch gesprüht. Du musst keinen Rauch mehr. Ja, jetzt ist er weg. Scheiße. Ich mach wieder Rauch. Ja. Rauch ist echt geil. Oh, scheiße. Ach, da ist noch jede Menge. Ach, du heilige. Ach, du scheiße. Die haben das Schild. Ja, da kommt einer auf die Füße. Auf die Füße. Ja, der ist weg. Das klappt ganz gut eigentlich. Ich schmeiß wieder eine Granate dahin, ey. Ja, ich hab keine mehr. Das ist kein Problem. So. Da liegt jetzt einer. Ja. Toll. Ich glaub, den hast du nicht erwischt? Nee, nicht wirklich. Scheiße. Das Geschütz steht noch da. Ich glaub, das können wir nehmen. Ich hab'n. Okay, ich bin jetzt fast vorne, wo wir sichern sollen. Da steht noch einer, ne? Sei vorsichtig. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, ich weiß. Ja. Am Aufzug sammeln. Wunderbar. Am Aufzug sammeln. Juhu. Erstmal hier bei mir Muni nachfüllen. Stimmt. Ich will doch Bürostuhl-Racing machen. Ey, lass mal hier drinnen machen mit dem Bürostuhl, ey. Äh, wenn das gehen würde, wär cool, ey. Ja. Geht das ja nicht. Vielleicht auch vorher jetzt so ein paar Server kaputtschießen hier. Was hab ich hier überhaupt für eine Waffe? Die hab ich nie mitgenommen. Hä? Ja, das kenn ich. Das hatte ich auch schon mal. Da kriegst du ja irgendwelche wildfremden Waffen, komischerweise. M110. Das ist immer dann. Voll die dämliche Waffe, ey. Ja, das ist immer dann, wenn wir das vorher nicht auswählen konnten. Also, wenn wir das vorher ausgewählt haben, wir dann das beenden, die Aufnahme. Und dann hinterher wieder neu spielen, haben wir komische Waffen danach. Aufzug fahren. Achso, ja. Dann machen wir einen Aufzug rennen. Ja, wer ist erst da drin, ne? Ne, wer ist da oben? Ziehen, ziehen. Oh. Oh. Da ist keiner da. Oh, da geht's aber tief runter. Komm, im Fallschirm. Einfach mal gelangkrabbeln. Ja. Also, wenn nochmal einer pinkeln muss, muss er jetzt gehen, ne? Warum hast du das gesagt? Ne, wir müssen sowieso jetzt hier eine Pause machen. Ich wollte... Ah, Mann. Geil, guck mal, hier ist ein Smiley. Uhuhu. Wo? Ich hab's zuerst gesagt. Ach ja. 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 Okay. Dann müssen wir gleich nach oben oder nach unten und, ne? So. Wir gehen jetzt erst mal eine Runde schlafen. Genau. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Genau. Bis dann. Bis dahin. Tschau. Tschau.